Servus, hallo, hier sind wieder die Mendosenos. Ja, das Jahr neigt sich dem Ende, der heilige Abend steht vor der Tür. Auch im Namen meines Kollegen Markus und mir, der Michael, wir wünschen euch fröhliche Weihnachten, vor allen Dingen viel Gesundheit, Glück und Erfolg fürs neue Jahr und überhaupt einen guten Rutsch in das hoffentlich bessere 2024. In diesem Sinne, bleibt gesund und alles wird gut.